Hier kommt die 2. Etage oben drauf. Und hier zu Ende. So, was wir hier mitmachen, schauen wir mal gleich. Ich schätze mal, hier muss auch zu. Oha, was haben wir hier für Kreaturen? Ich habe 2 Hölzblöcke. Einer als Schild. Und der als Angriff. So sieht das schöne Stück bis jetzt aus. Das wird doch. Jetzt kommt der Boden rein. Können wir gerne wieder aus. Drogen. Holz machen. Wie gesagt, aus Truppenholz. Auch hier kommt das Holz rein. Die Etage wird dicht gemacht. Wenn man da unten so ein überdachtes. Aus dem. Aus dem. Gestände. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Und der ist noch ein Schild. Was ist noch ein Schild. Ich bin. Das ist die Minecraft Jazz Musik. Diese Musik baut sich gleich viel schneller und besser. Das ist die Musik. Die Musik. Die Musik. Die Musik. Bop, 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 bop. Das kommt dann später drauf, dann mache ich dann erst mal eine kurz Pause. . . . . . . . . . Und dann kommt der Boden zu. Hier unten wird es dunkel, jetzt brauchen wir auch relativ bald Fackeln und die Hände da drinnen. Dauer im Kreativmodus arbeiten ist das alles gar kein Problem. Lass es nicht fucking schnell finden. Der Monster findet es natürlich besonders toll hier. Die sterben. Normalerweise explodieren die. Heute nicht. Stufstein. Sehr schön. Eine Spinne. Und runter hier. Noch ist die Bahn nicht geöffnet. Alles klar. Entscheidung. Entscheidung. Dovster. An die Kekreide. Die Kekreide. Ein walter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020